Hallo und herzlich willkommen zu dem heutigen Video. In dem Video heute möchte ich euch unseren sehr, sehr coolen Indikator, die Magic Lines, vorstellen. Ich werde euch zeigen, was wir für Auswertungen damit gemacht haben. Wir haben sehr, sehr coole Ergebnisse herausbekommen, die uns selber auch total überrascht haben. Und dazu gehen wir einfach mal ein paar Signale durch. Dazu sind wir hier wieder in dem Stepper-Modus. Ich kann entweder per Maus oder per Tastatur jeweils eine 5-Minuten-Bar, 15 Minuten etc. weiterschalten. Wir befinden uns auf dem DAX 5-Minuten-Chart und wir werten wieder alle Signale aus, sodass wenn wir ein Signal bekommen, das für uns interessant ist, das direkt hier reingeschrieben wird. Und in der Messung heute möchte ich einfach mal gucken, wie viel von einem Signal aus in die richtige Richtung. Also ich benutze noch einen Filterwert, den man auch auf der Website sieht, was wir da ausgewertet haben. Das Bild dazu zeige ich euch aber gleich nochmal. Und so messe ich, wie viel bekomme ich denn von dem jeweiligen Signal für oder gegen mich bis zum Ende des jeweiligen Handelstages. Also wir haben jetzt hier das Signal, eine 15er Linie. Ich gehe mal bis zum Ende des Tages. Da wird das dann auch hier reingeschrieben. So, wir haben die Anzahl 15. Die anderen hat er jetzt noch nicht gemessen, aber ab dem nächsten Tag misst er wirklich alles. Haben dann hier den Preis von der Linie. Sehen wir haben 131 Ticks maximal pro gehabt an diesem Signal. Also wenn wir das jetzt gehandelt hätten und waren maximal 15 Ticks im Minus. Das heißt, diese Linien sehen wir hier sind Kaufsignale. Und wir hätten dann hier gekauft. Und wie ihr seht, wenn wir zu Handelsende rausgegangen wären, kurz vor Handelsende, sagen wir mal 5 Minuten vorher, hätten wir hier 104 Ticks Gewinn gehabt. Schauen wir uns mal den nächsten Tag an. Am nächsten Tag, so wie ihr hier seht, gab es jetzt gar keine Signale. Der übernächste Tag, hier wird jetzt jedes Signal reingeschrieben. Blau bedeutet, dass wir Short gehen möchten. Also wir würden hier oben würden wir Short gehen, was bis jetzt ziemlich gut aussieht. Wie lange der Trade dann gehalten wird, wann man aussteigt, das spielt jetzt noch überhaupt gar keine Rolle. Das habe ich auch selber überhaupt noch gar nicht getestet. Also in dem Video zeige ich euch einfach nur mal den Indikator, wie cool er funktioniert. Wir benutzen selber noch einen Filter, also wir handeln nicht jedes Signal. Und ich möchte jetzt einfach hier nur mal sehen, was bekomme ich denn für Ergebnisse, was für eine Statistik kann ich denn hier machen. Und aufgrund der Statistik baue ich mir dann das Trading System auf. Also wie gesagt, hier oben wären wir Short gegangen. Hier unten ein Long Signal. Und die werden jetzt hier auch eingetragen. Also wir hätten jetzt hier mit den Signalen, hätten wir 437 Ticks maximal an Gewinn gehabt. Und 19 Ticks ist der Trade, wenn wir diesen gehandelt hätten, gegen uns gelaufen. Ich zeige euch jetzt mal kurz die Auswertung dazu. Und zwar habe ich hier die ganzen Signale in die Excel-Tabelle übernommen. Insgesamt waren es über 12.000 Signale, die ausgewertet wurden. Und ich habe die Signale hier in Kauf- und Verkaufssignale unterteilt. Blau ist Pro, Rot ist Contra. Und habe einfach mal geguckt, okay, wie viel bin ich denn maximal im Gewinn, maximal im Verlust anhand meines Filterwertes. Also ich benutze einen Filter, der mir einen Wert zwischen 0 und 1 zurückliefert. Und die Werte hier sind jeweils die aufsummierten Durchschnittswerte ab diesem Wert. Also 0,1 bedeutet, dass alle Signale, die einen Filterwert von 0,1 oder höher haben, hier drin mit enthalten sind. Und so weiter. Bei 0,15 fallen dann natürlich die unter 1,5 raus. Das Erstaunliche, was man hier sieht, ist, dass mit zunehmendem Indikatorwert auch das Pro und das Contra zunimmt. Und auf der Sell-Seite sogar noch viel, viel extremer. Also wenn wir uns einmal die Kontra-Werte anschauen, dann sind die, obwohl das jetzt auf den ersten Blick etwas anders aussieht, fast identisch auf der Kauf- als wir auf der Verkaufsseite. Also wir haben hier den roten Balken von 40, hier den roten Balken ebenfalls von 40, dann gehen wir hoch auf 60, gehen dann hier langsam hoch und befinden uns hier am Ende bei 80. Und wie Sie hier sehen, sind wir hier auch bei 80. Das Diagramm wird natürlich ein bisschen verfälscht aufgrund der erhöhten Pro-Werte hier auf der Sell-Seite. Also hier im Maximum knapp 115, hier im Maximum vielleicht 190 circa. Und das bedeutet einfach, dass wenn ich ein Verkaufssignal habe, dass ich im Durchschnitt mehr Pro bekomme, deutlich mehr Pro bekomme, als auf der Kaufseite. Also woran das liegt, müssen wir uns auch nochmal überlegen oder es könnte vielleicht daran liegen, dass die Kurse ja meistens schneller fallen, als dass sie steigen. Vor allem in Extrembewegungen. Ob das jetzt der Grund ist oder ob da viele Gründe zusammenspielen, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Aber auf jeden Fall bei über 12.000 Daten statistisch ausgewertet, kann man hier definitiv nicht mehr von Zufall sprechen. Wenn wir uns dieses Diagramm hier einmal angucken, dann habe ich einfach die Pro- und Kontra-Werte dividiert und wollte einfach das Verhältnis herausfinden. Also wie man hier schön sieht, bekomme ich circa immer mindestens das 1,5-fache Pro wie Kontra. Also im Durchschnitt bin ich das 1,5-fache mehr im Gewinn wie im Verlust. Und das ist ja nicht mehr 50-50, dass wir da irgendein zufälliges Signal herausgefunden oder erzeugt haben, sondern das sind ja sehr, sehr starke Ergebnisse. Vor allem, wenn ich mir den Filterwert hier anschaue, dann bekomme ich hier circa das 2,3-fache mehr an Pro wie Kontra. Und daraufhin kann ich mir natürlich jetzt ein Trading-System drauf aufbauen, was sehr wahrscheinlich sehr profitabel werden wird. Wenn die Cash-Kurve und das Trading-System fertig ist, werde ich gerne auch mal die Cash-Kurve auf der Internetseite zeigen. Und dann könnt ihr euch gerne mal angucken, ob das System tatsächlich auch so gut performt und funktioniert, wie diese Auswertungen hier schon einen kleinen Vorgeschmack gegeben haben. Und dann könnt ihr euch gerne mal angucken, wie diese Auswertungen hier schon mal angucken.